Da gab's doch noch so'n Turnier, ja, äh, das, äh, wie auch weißt du, hier, SCB, ähm, das SCB, ja, ja, und ich fände die Kommentare so geil, irgendwie weiß, Leute. Lobby will an die Nachfolgszähne, wie die zweite Reihe seiner Beißer, und um an die zu kommen, wird er immer einfallsreicher. Der Battle steckt schon nicer Rapper in den Kinderschuhen, doch er tanzt nach ihrer Weife sogar in den Nipp-Campus. Ja, ich war's ein BBK, aber nur als Joker, du warst da als Flussbirne durch Simson, so wie Homer, und das ist echte Blamage. Um da teilzunehmen, an sich sogar ein Maxi zu schaden, jetzt wird diese Tomate zerschnitten wie Oblast, jetzt wird Spinnen, was ist das, ein Turnier oder ein Obstladen? Dabei klingst du so wie Hundepfeifenmarkt, denn du singst sogar mit Autotunnen unerwähren Tonlagen, so wie alle, und der Käfig wird dein Grab werden, doch dein Neck hat dann gebissen, so wie Zahnärzte, BBK, ein Stolperstein, du wirst niemals siegreich, doch vielleicht im A und O, da kannst du stolz drauf sein. Gravity, GRB, VBT, BBK, SCB, Sektor, und du fliegst, vom Gangster zu nem Alien, vom Alien zum Brillenträger, und du fliegst, von Image zu Image, ans Limit, Laffin ist der Bieder, ein Image, doch blickt nicht das in diesem Business, das plötzlich nicht richtig uns wichtig ist, sondern was der Rap-Skill hergibt. Kommen wir zum Interlude, du bewegst dich peinlich und dein Image steckt in Kinderschuh, ich weiß nicht, warum du in Videos so behindert tust, tanzt auf dein Front, als wärst du bloß wie in nem Interview, und jeder Affe kapiert, die Brille ist die einzig runde Sache an dir, du Hund bist am Boden, ein Rapper stunken erlogen, und bist im Mini-BBK nach einer Runde geflogen, ich mein nicht auch, aber Real Rap, das wird's checkt, das war durch Userbot im BBK, und grad mal 5, 6, du dagegen fliegst im Mini-BBK als Highlight, gegen wen, denn ich panisch, und nen Monat zu spät einreist, Lobby will dein Boss sein, du ziehst seinen Stoff rein, du willst Feed vom High, doch erntest Spott statt Spotlight, gib mal dein Kopf frei, du bist echt inkonsequent, du Martin Morg, High versteckt von Compliance, Gravity, GAB, VBT, BBK, SCB, Sektor, und du fliegst, vom Gagster zu nem Alien, vom Alien zum Brillenträger, und du fliegst, von Image zu Image, ans Limit, wer findet der Bieder, ein Image, doch blickt nicht das in diesem Business, das plötzlich nicht richtig uns wichtig ist, sondern, an was der Lachsgeld herkriegt. Siebel steckt! Siebel steckt! Siebel steckt! Siebel steckt! Siebel steckt! Da ist ein Typ, der macht ein Turnier, analysiert Qualifikation von einem anderen Turnier, und in seinem eigenen Turnier macht er schriftliche Analysen. Wo ist da der Sinn, Alter? Wo ist da der Sinn, Alter? Oh no! Oh no! As- As- Vielen Dank.